wieder verlieren ja wir haben neuen tag 16.44 Uhr ist es heute mit voller Konzentration und ohne mit weniger wir haben uns auch gefuckt wie gerade eben wir haben Anderas wir haben Anderas noch im Hintergrund Hallo Anderas, wie geht's? Despaccio Pistazio ja daran dachte ich auch gerade dachtest du? das ist nur relativ relativpronomen ach du kleine Sandgeburt kannst du mal bitte aufhören? aus Löwenstein Ossi ey, du willst mich hier echt was, ich mach doch gar nichts, Sinan du machst mich hier gerade zum Eierbaron ach du kleine Kinder ach stimmt, das ist ja überleben ey Nico, was dagegen, wenn ich in deinem Video Snigger sage? ja, hab ich Hints und Kunz Alter, sieh da das was ist das für eine Lache warum hast du was dagegen, wenn ich Neger sage? Und da hat er schon gesagt in dem Satz ey Nico, das ist jetzt nicht dein Ernst oder? nein, Negation der spanischen Verben nein, Negation der spanischen Verben nein, Negation der spanischen Verben oh, ich nega die Gerichtheiten oh, ho, ho jetzt wird's zufrieden, oder? nein, mein ganz scheiß gebraut sind na, oh lol, ich dachte ich war tot ja, ich glaube Applaus für Nico Vielen Dank, vielen Dank wäre doch nicht nötig gewesen wohl, ich bin Howard Carpenter Howard Carpenter? Ja. Uh uh uh. Uh uh. Ich sag nur hello again. Sagst du das? Ja, mann. Aber vom allerfeinsten. Vom allerfeinsten. Hab wieder nen Witz reingepackt. Machst du mehr allerjokes? Was soll das? Ja, also... Falls das wirklich ne Aufnahme ist... Ich glaub das ist doch eine. Ja, es ist eine. Oh, geil. Ah. Ah. Oh. Scheiße, du hast... Oh. Was ist so f*** passiert? Was ist so f*** passiert? Oh, Nationalpark Bremen. Ja. Richtig, Sinan. Hab ich auch grad dran gedacht. Ich auch. Windpark Schwarze Heide. Was? Ich weiß es doch auch nicht. Was ist Sinan? Ich... Sinan, ich glaube bei dem Spiel musst du dich so viel konzentrieren, dass du nicht mehr reden kannst. Kann das sein? Ja. Das fordert die komplette Gehirnleistung, die du in den Ferien überhaupt noch hast. Das macht mir Aua im Kopf. Ein Klopf. Am Knopf. Am Knopf. Oh, gibst du mir eine Einladung für dich zu Hause? Das Spiel ich immer besitze. Ja, aus Prinzip. Das ist ein Zeichen. An deras. Ich wollte dir zeigen, dass jeder kochen kann. Aha. Nur du nicht. Du hast mir das mit einer Einladung geschickt. Hey. Weißt du, ich bin so blöd. Ich hab nen Ziegelstein und ich geb dir einfach diesen schwulen Ballon. Ballon. Ist mir auch schon oft passiert. Aber ich mag Ballon aus, danke. Ballon. Colin, der Ballon. Ich brauche deinen Namen zu nennen. Aber niemand weißt du, dass ich so heiße, dass ich Colin heiße. Doch, jetzt ja. Das ist sein zweitname. Und sein drittname ist Hitler. Nee, das wusste ich schon nicht mal. Echt nicht? Ja, man lernt nie aus, ne? Ja, man lernt nie. Das brauche ich eigentlich gerade von... Nubelturm hier, ey. Was brauche ich jetzt für einen Nubelturm? Aucci geht heut nach Hause. Kindskopf gesucht aus dem Besuchkopf. Aus dem Bayern. Wald. Und Stein. Aus dem Bayern, Wald und Stein. Richtig drinnen. Hä? Auf den Boden gespuckt. In die Kanalisation gehopft. Aus dem Tierwald, dem Dschungel Usbekistans. USB-Kabel. USB-Kabel. USB-Kabel instantan. Hä? Hey mal. Hey, wie geht's denn heute so? Hey mal. Ich trinke mein Popopoloch. Scheiße. Oh, oh, Sinan. Ja? Ich schaufel nicht mehr auf der Straße. Amaterasu. 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 Genau bei diesem Spiel. Da hattest du 3 und da sind wir bei mir. Ach lol, ich dachte ich hab schon verloren in dem Spiel. Sinan, ich bin nicht mehr aufnahmefähig. Ich weiß es, du nicht fähig bist. Ich hab keine Fähigkeit dazu. Machst du nix fähig? Nein! Ich wusste, dass das umklippt. Kippt. Klippt das? Ich bin so schlecht in diesem Spiel hier, ne? Wenn ich taste nochmal. Y. Sie nennt der Tastenfrosch. Alter 4. Y. Probier ich mal aus. Großes B. Oh, das hat funktioniert. Guy Fieri holt sich die 5 Flavorstones. Richtig. Großes B. Amenakolm. Du bist Amerikaner. Warum rede ich Türkisch? Ich kann kein Türkisch. Witzig, oder? Ich glaub nicht, dass das... Okay, ich glaub dir. Ich hab doch Amenakolm genannt. Ah, so. Jetzt hab ich zweimal gesagt. Witzig. Eigentlich. Wie geht's? Ein Roller hat mit Türkisch beigebracht. Aber nur ein paar Wörter. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich hab alle Stress vorherige Folge, ey. Um noch um und zu zu gewinnen. Alter vier. Exist. Das war nicht vorherige Folge. Das war vorherige. Nein, die hat nicht existiert. Die hab mich ja nicht aufgenommen. In Folge Nummer vier. Da hab ich ja auch mal... Hab ich das gemacht? Hast du das gemacht? Warten. ich habe sie noch nicht lang. ich hab sie schon hochgeleih... ...lelalala... ...lelalala... Bootsschau zu. Doch Mano das war jetzt traurig, aber das war traurig. Ich glaube du hast gewonnen. Ich glaube auch. Aber ich hätte fast das Dreifache gehabt. Hätte ich wirklich glaube ich, wenn das nicht verbrannt und runter geplumpst wäre. Holy fuck. Achso, wir nehmen übrigens heute komplett mit 60 FPS auf und ich hab, hä, warum hab ich nur 60 FPS im Spiel? Ich hab letztes Mal 160 gehabt. Ach lol, ich versteh das. Wenn ich mit 60 FPS aufnehme, hab ich auch nur 60 FPS im Spiel. Warum? Wie kann ich Überleben spielen, wenn ich innerlich schon tot bin? Das ist eine gute Frage. Die haben meine Geweide geklaut. Da liegt aber schon ein Skelett. Ach stimmt, das ist Überleben, ich muss gar nicht hochbauen. Ach du kannst nicht. Ach stimmt, das ist Überleben, ich sollte nichts riskieren. Ach du Kanzler. Äh? Oh oh. Letzte Chance. Vorbei. Hä, warum hat er nicht geditcht? Ach lol, das ist doch scheiße. Geil wie ich bin. Der Ditcher hat nicht funktioniert. Tu hier rechts ins Loch, ja genau, da rechts rein, Ditcher. Oh ne, das passt nicht. Schade. Da, so liegt es auch nicht. Sag doch mal so ein Club der einen toten Dichter. Andreas. Ja. Hast du mal den Baywatch-Film geguckt? Ich möchte ihn ernsthaft nicht schauen. Warum nicht? Der ist cool. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Und wieso möchtest du ihn nicht schauen, bitte? Ja. Hä? Oh Andy, du redest schon wieder so viel Schwanz. Genau deiner Meinung. Schwanz. Hey Fury. The Big Ben. Damit kein Hitlerleiste fällt mir grad auf. Kein, was? Kein Hitler? Genau. Hitlerware. Hä? Hitlerware. Oh nein. Ich hab gewonnen. Wir sind beide so gut. Ich hab gewonnen. Einen Ster. Junge. Ein Block. Oh. Jetzt wird aber eng. Meine Hose. Okay, lass mich gewinnen. Komm schon bitte nicht übernehmen. Komm schon bitte nicht rennen. Nein, das ist rennen. Nein, 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 nein. Ja, da kann man nicht nicht gewinnen lassen. Nicht nicht. Komm, sag ich zweimal nicht. Nicht gespielen? Nein. Seen an negativ. Windrichtung aus Osten. Schweineblut auf der Straße ist gesund und ich ess es mit dem... Ess es. Ich ess es mit dem Mund. Du ess es mit dem Mund? Du isst was mit dem Mund? Aber nur weil es gesund ist. Es ist ein Mund. Mund. Ah, Mund. Ah. Sagt auch Mund. Ah. Das kriegst du zurück. Hä, das wollte ich gar nicht. Ich auch nicht. Oh. Mh hihihi. Himmel. Oh, das war dumb. Schlauphbot auf der Straße ist ein kleiner Hase. was we do here right now what we do is not interesting and we are laughing with the best we love it we love it we love it we love it I don't know what I'm doing do you know what I'm doing where are you? where are you? I love the memes hey, shit I love the memes suck me, son suck a wig and dick, nigga küsse mich halt mich schief mich nimm mich von hinten nimm meinen Dödel und steck ihn ins Glas so beiß ich auch gerne ins weiß saure Gras oh leuchte ich lebe lebensgefährlich suchst du das? ja ok, warum? was hab ich dir gegeben? was hab ich dir gegeben? ja, hab ich dir gegeben ich will auch immer die AfD, weißt du? ja, ich auch ich bin 2016 aber ich will trotzdem schon die AfD auf der Straße liegt ich bin schon im Ziel was so ganz viel Blut nein oh, ich hab dich gewinnen lassen Leute, die Tür hat ja voll gehelft weißt du was mir wirklich gegen den Geist geht bei dem Modus? der wehnt der fuckt mich ab remitz oh ne oh, das wird doch wieder was ja jawoll, lange mit zwei Spielen Dieter Kegeln ich geh gern bohlen warum ist ja nicht so komische ichthyptische Musik weil macht Ägypten ichthyptische ägyptische ichthyptisch hektisch nippel twister come on let's twist enemistisch let's twist with the twister oh yeah let's twist again let's twist again twister time is here twister time is again twister on the road coming home for christmas coming home for christmas country road take me home take me home jetzt haben wir gleich alles einmal durch to the place where i belong west vagina eh ne das ging anders heim for mama heim to mama oh bacon hexen road country home country home hexen road country home homey roam 3 gigabyte ram 3 gigabyte ram home alone 3 gigabyte ram it's too long or too short und es fällt vexing vexing alexi bexing vexing Danke, ich nehme diesen Sieg an. Vielen Dank für diesen Sieg. Alles, was wir hier gesagt haben, ist weder politisch noch rassistisch gemeint, möchte ich vorher einmal gesagt haben. Doch, das ist alles rassistisch gemeint. Doch, klar. Ganz im Ernst. Ich glaube, keiner von uns weiß, was er eben gelabert hat. Aber egal, tschüss und bis zum nächsten Mal.